Es gibt eine Dame fortgeschritteneren Alters, die in Kalifornien lebt. Die heißt Sharon McEarlane und sie ist wirklich eine wahre Großmitte. Und sie war einige Zeit oder viele, viele Jahre eigentlich in der Frage, wie kann sie einen besseren Draht zum Göttlichen finden oder wie kann sie ihre eigene Göttlichkeit leben und ihre Verwurzelung und ihre Quellenergie wirklich nutzen. Und dann gingen sie eines Tages spazieren am Strand und da begegneten ihr tatsächlich einfach Großmütter. Und zwar bunt angezogen aus verschiedenen Kulturen mit bunten Röcken und die kamen so lachend und tänzelnd auf sie zu und haben sie umhüllt. Und dann hat sie schon so viel Liebe in sich wahrgenommen und die überbrachten ihr dann die Botschaft, dass sie sich darum kümmern sollte, dass die Erde oder die Menschen auf der Erde sich wieder an diese Kraft des Jins zurückerinnern sollen, damit das Gleichgewicht auf dieser Erde wieder hergestellt wird. Weil diese Polaritäten ebenso aus dem Ungleich, also im Ungleichgewicht sind und wieder in Gleichgewicht finden dürfen. Und da spricht sie nicht nur von Männern und von Frauen und dass das Weibliche nur die Frauen sind, sondern auch so diese Anteile, die wir in uns selber drin tragen und haben. Genau. Und sie war dann so bewegt von dieser Erfahrung und von dieser unglaublichen Liebe, die ihr diese Frauen gegenüber haben fühlen lassen. Also sie hat das plötzlich so in sich ganz aktiv gefühlt, dass sie dann für sich gefunden hat, ich möchte gerne mit denen regelmäßig kommunizieren.